Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ich bin Sebastian Zimmer und ich möchte euch den SimDiMaker vorstellen. Das ist eine Web-Applikation, mit der ihr schnell und einfach eure linguistischen Daten mit Metadaten versehen könnt. Ja, rufen wir die Seite einfach mal auf. Die lautet simdi-maker.uni-köln.de. Da ist er auch schon mit Begrüßung in einer ganz bestimmten Sprache. Das kann natürlich auch eine andere sein, je nachdem. Ja, beim SimDiMaker handelt es sich um eine HTML5-Offline-App. Das heißt, man braucht keine Internetverbindung, um die App in vollem Umfang zu nutzen. Ich kann das mal demonstrieren. Ich kappe hier die Verbindung zum Internet. Jetzt sind wir also nicht mehr verbunden und trotzdem funktioniert das Ganze noch. Also ich kann hier mal das Fenster zumachen und nochmal neu aufrufen. Der SimDiMaker kann trotzdem noch genutzt werden. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir können es ja mal durchspielen. Und zunächst können wir ein neues Korpus erstellen. Dazu gebe ich dem Korpus erstmal einen Namen, meinen Korpus und einen Titel und vielleicht noch eine kleine Beschreibung. Dann kann ich hier die Content Languages für das Korpus auswählen. Ich wähle jetzt einfach mal Englisch aus, beziehungsweise suche danach. Ja, das ist dabei. Der Country-Code hier spielt übrigens gar keine Rolle. Es geht hauptsächlich um diesen ISO-Code. Und wenn ihr den wisst, dann könnt ihr den auch schon direkt hier eingeben. Zum Beispiel so. Und dann wird die Sprache auch sofort hinzugefügt. Und vielleicht nehmen wir noch eine Sprache. Suchen wir mal nach Deutsch. Deutsch ist auch drin. Okay. Jetzt können wir hier unten auch die Form speichern. SimDiMaker macht das aber auch automatisch alle 60 Sekunden standardmäßig. Das kann man hier in den Settings einstellen. Speichern heißt, dass meine Daten erhalten bleiben. Selbst wenn ich das Browser-Fenster schließe, was ich jetzt mal tue und nochmal neu aufrufe. Wie ihr seht, ist alles noch da. Ja, als nächstes können wir mal ein paar Resource-Files hinzufügen. Dazu habe ich hier ein paar Dateien, unter anderem Elan-Files, inklusive WAV-Dateien, MPEG-Videos und anderen. Die wähle ich jetzt alle mal aus. Und da sind sie auch schon im SimDiMaker. Orange bedeutet hierbei, dass es sich um ein Media-File handelt, also Video oder Audio. Grün bedeutet, dass es sich um ein Written Resource handelt. Das sind dann zum Beispiel die ERF-Files. Und Rot bedeutet, dass SimDiMaker nicht genau weiß, worum es sich hierbei handelt. Und empfiehlt dementsprechend nochmal vielleicht die Datei zu umzuwandeln in ein Format, das SimDiMaker kennt. Ja, viele machen es ja so. Die möchten pro ERF-File eine Session generieren, also in jede Session jeweils ein ERF-File mit zugehörigem Video reinzupacken. Dafür gibt es diese Funktion hier, Create One Session Per File. Und da kann ich sagen, dass zum Beispiel für alle ERF-Files jeweils eine Session kreiert werden soll. Oder ich kann auch Dateien markieren und sagen, für jede markierte Datei eine Session kreieren. Dann möchte ich jetzt mal für jede ERF-Datei eine Session erstellen. So. Jetzt sehen wir schon hier die ganzen Sessions. Und wir sehen, dass hier auch Dateien dabei sind, bei denen SimDiMaker eben nicht weiß, worum es geht. Es geht eben diese pfsx-Dateien. Ja, es wird aber jetzt erstmal davon ausgegangen, dass es eine Written Resource ist. Ja, jetzt können wir mal eine Session hier aufmachen. Und da sehen wir, dass auch hier Dateien hinzugefügt worden sind. Zwei Written Resources. Das ist zum einen eben das Elan-File, die ERF-Datei. Und zum anderen sehen wir hier auch, dass eine pfsx-Datei hinzugefügt worden ist. Und zwar deswegen, weil sie den gleichen Namen trägt wie diese ERF-Datei. Da hat SimDiMaker das erkannt und sie automatisch dann mit hinzugefügt. Genauso wie bei dieser Wave-Datei, die auch den gleichen Namen trägt. Ja, wir können natürlich auch manuell Dateien noch zur Session hinzufügen. Jetzt ist es natürlich wieder eine Datei, die er nicht kennt. Und dementsprechend wird man dann gewarnt. Ja, geben wir vielleicht noch ein paar Daten in diese Session ein. Zum Beispiel einen kleinen Titel und ein Datum, eine kleine Beschreibung, Kontinent, Land. Und ja gut, Deutschland ist natürlich in Europa. Und noch eine Region, ja, das Prinzip ist klar. Vielleicht noch kurz einen Projektnamen. Wenn man nicht genau weiß, was diese Felder zu bedeuten haben, dann kann man einfach mit dem Mauszeiger darüber fahren und dann sieht man eine kleine Erklärung zu diesem Feld. Also hier zum Beispiel ID soll dann eben ein Unique Identifier for the Project sein. Beim Content geben wir noch ein Genre an. Wenn hier kein Genre dabei ist, das auf meine Bedürfnisse passt, dann kann ich auch auf dieses A hier klicken und manuell ein eigenes Value hier eingeben. Das geht natürlich nur bei diesen Open Vocabularies hier unten beim Communication Context. Das sind Closed Vocabularies. Da muss man etwas hier von den voreingestellten Werten auswählen. Ja, als nächstes können wir noch ein paar Actors mal hinzufügen. Create some Actors. Ich erstelle jetzt einfach mal einen Actor. Ja, das ist noch ein sehr junger Actor. Ich gebe mir die Rolle des Annotator. Und spreche die Sprache Deutsch und vielleicht auch noch Englisch. Ja, wir sehen hier, dass die erste Sprache, die hinzugefügt wird, automatisch auch die Muttersprache und die Primärsprache ist. Das nimmt ziemlich mega an. Das kann man natürlich auch ganz leicht ändern. Wenn ich sagen will, nein, Englisch ist meine Muttersprache, dann kann ich das natürlich auch so festlegen. Ja, dann speichere ich mal den Actor. Der ist jetzt hier hinzugefügt worden. Vielleicht stelle ich noch mal ganz schnell einen. Auch noch sehr jung. Und der spricht vielleicht französisch. Ja. Und auch speichern. Ja, gehen wir wieder zurück zu den Sessions. Und jetzt kann ich diese Actors hier hinzufügen. Es gibt auch bei den Actors noch die Funktion, dass ich einen Actor duplizieren kann. Das ist zum Beispiel von Vorteil, wenn man einmal, wenn man zweimal den gleichen Actor hat, aber einmal mit einer anderen Rolle. Dann geht das so. Dann dupliziere ich den also und gebe dem zweiten die andere Rolle. Speichere das. Und dann kann ich hier in der Session eben die entsprechende Rolle für den Actor auswählen. Ja, oftmals ist es so, dass in allen Sessions, die man erstellen möchte, die gleichen Metadaten sind ungefähr. Und dafür gibt es dann diese Funktion hier. Copy Session. One Metadata to all Sessions. Das heißt, alles, was ich hier in diese erste Session eingegeben habe, das wird dann kopiert in alle anderen Sessions. Also Datum, Location, Project, Content und Actors. Das mache ich jetzt mal. Und jetzt können wir mal eine andere Session aufmachen. Und da sehen wir hier auch schon, da sind jetzt die gleichen Actors drin und die gleichen Werte hier. Europe, Deutschland, Custom Value, die ich hier oben in der ersten Session eingegeben habe. Ja, vielleicht ist jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, um das Ganze zu speichern. Und wie ihr wisst, ich kann das Ding zumachen, nochmal neu öffnen und es ist alles noch genauso wie vorher. Ja, gehen wir nochmal kurz in die Settings hier unten. Ich kann hier auch noch das Ausgangsformat wählen. Das ist standardmäßig IMDI. Es geht natürlich auch ZIMDI mit dem IMDI-Profile. Und hier gibt es noch eine Funktion, die nennt sich Calculate Actors Age. Das heißt, wenn ich sowohl dem Actor ein Geburtsdatum gegeben habe und auch die Session ein Datum hat, dann wird ZIMDI-Maker das Alter des Actors automatisch berechnen. Das können wir auch gleich mal überprüfen, ob das funktioniert hat. Wenn ich jetzt fertig bin mit meinen Eingaben, dann kann ich hier auf XML Output gehen und da sehen wir jetzt die IMDI-Dateien. Zunächst den Korpus und dann alle Sessions. Ich kann jetzt entweder alle Sessions hier einzeln runterladen oder ich klicke hier unten auf Download Korpus, including all Sessions. Dann kann ich alles zusammen runterladen. Das mache ich jetzt mal. Also runterladen in Anführungszeichen, denn wir laden hier nicht wirklich was runter von einem Server im Internet, sondern wir speichern die Daten, die der ZIMDI-Maker erstellt hat, eben nur auf der Festplatte. So. Ja, mein Browser merkt gerade an, dass jetzt mehrere Daten heruntergeladen werden sollen. Das muss ich dann zulassen. Und wie ihr hier seht, gibt es jetzt eine ganze Menge Daten in die Dateien. Ich kann mal eine öffnen. Und nachschauen, ob auch die Actors übernommen wurden. Ja, da sind sie. Und nachschauen, ob auch das Alter des Actors berechnet worden ist. Ja, es wurde berechnet. Wie gesagt, es ist noch ein sehr junger Actor. Ja, das war's soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einige Erkenntnisse gewinnen können. Noch eine Anmerkung. Dieses Tutorial bezieht sich auf die Version 1.0.1 des ZIMDI-Makers. Ja. Und dann verabschiede ich mich. Danke. Danke.